Ja hallo, jetzt wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Ich drehe hier an den Schalter und Knöpfen und versuche einen guten Ton rauszubekommen. Einen Ton, so dass man mich gut verstehen kann und dass die Stimme vielleicht auch etwas weicher rüberkommt, nicht mehr so hart und abgehackt. Okay, das soll es gewesen sein, nur ein kleiner Test.